Wie erzeugen wir Energie, ohne dem Klima zu schaden? Wie heilen wir Krankheiten zum Wohle der ganzen Welt? Wie entlocken wir Materie ihr enormes Potenzial? Welche Technologien haben die Kraft, unser Leben zu verbessern – heute und in naher Zukunft? Um Fragen wie diese, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, vereinen wir exzellente Forschung und innovative Technologie in einer starken Gemeinschaft. Dabei setzen wir auf weltweit erstklassige Labore und Geräte, Spitzenleistungen, Vertrauen und langfristig finanzierte Projekte. Vor allem aber lebt unsere Gemeinschaft von der Exzellenz und den Ideen der Menschen, die hier eng zusammenarbeiten. Wir schließen Partnerschaften über Disziplinen, Organisationen, Kulturen und Kontinente hinweg. Dabei eint uns ein Ziel – durch Wissenschaft und Forschung die Grenzen des Machbaren immer weiter zu verschieben. Gemeinsam verändern wir so die Welt von heute und verbessern das Leben künftiger Generationen. Wir sind Helmholtz. Gemeinsam schaffen wir Fortschritt durch Forschung und meistern die großen Herausforderungen in unserer Zeit.